Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute geht es um eine kleine Fortsetzung von der letzten Woche. Und zwar geht es nochmal um eBay-Kleinanzeigenbetrug. Dieses Mal habe ich euch nochmal ein paar andere Betrugsmaschen mitgebracht. Betrugsfälle auf eBay-Kleinanzeigen und ähnlichen Portalen sind alles andere als eine Ausnahme. Ausgeklügelte Tricks, umfangreiche IT-Kenntnisse und riskante Aktionen. Das alles braucht man nicht, um Nutzer auf Online-Kleinanzeigenportalen wie zum Beispiel eben eBay-Kleinanzeigen, um ihr Geld zu bringen. Die einfachste oder besser gesagt oftmals sogar einzige Methode, sich zu schützen, ist sich schon vorher Gedanken zu machen. Welche Tricks es alles gibt. Und das erzähle ich euch heute. Zum einen gibt es hier die PayPal-Abzocke auf eBay-Kleinanzeigen. Der Ablauf. Hierzulande ist die Plattform eBay-Kleinanzeigen besonders beliebt. Für Verbrecher ist die Plattform darum eine Goldgrube. Dabei müssen die Täter lediglich ein Produkt zum Kauf anbieten und dir anraten, das Geld per PayPal, wie zum Beispiel über PayPal, Freunde oder Familie zu überweisen. Schließlich sei der Geldtransfer so kostenfrei und es entstehen keine weiteren Gebühren. Sobald du die geforderte Summe überwiesen hast, verschwindet der Betrüger jedoch. Du bleibst ohne Ware auf deinen Kosten sitzen und bekommst nichts. Das ist noch eher die einfachste Masche, die es auf eBay-Kleinanzeigen in Kombination mit PayPal gibt. Habt ihr erstmal für Freunde überwiesen, dann bleibt das Geld auch weg. Da habt ihr keine Chance, das Geld in irgendeiner Form wieder zurückzubekommen. Einzigst und allein bleibt euch hier noch die Möglichkeit auf eine Anzeige. Nun gut, wer möchte großartig auch schon zur Polizei und einer Anzeige erstatten. Es kommt hier natürlich immer ganz klar darauf an, wie groß die Summen waren, die man hier verloren hat. Den Dreieck-Trick von der letzten Woche, den habe ich euch ja schon erzählt. Das heißt, ihr stellt etwas bei eBay-Kleinanzeigen online, der vermeintliche Kunde meldet sich bei euch, möchte von euch die PayPal-Adresse haben und kopiert einfach euer Angebot und wartet, dass jemand anderes dann das Geld für ihn überweist auf eure PayPal-Adresse, die ihr den Betrüger mitgeteilt habt. Hier ist nicht nur die Ware weg, sondern auch noch das Geld. Da der vermeintlich betrogene Kunde, der nichts mit euch erstmal in dem Sinne zu tun hat, ja auch sein Geld los ist. Also wird der das Geld natürlich zurückziehen und ihr werdet dann ja nichts mehr haben. Ihr habt die Ware nicht, ihr habt das Geld nicht. Dann gibt es da noch den Abholtrick. Eine andere Masche hört auf den Namen Abholtrick. Dabei überweist der Betrüger die vereinbarte Summe im Voraus, möchte die Ware allerdings persönlich abholen. Stattdessen kommt jedoch ein Komplize vorbei, der die Ware in Empfang nimmt. Anschließend meldet sich der erste Schwindler wieder, behauptet, er habe die Ware nicht erhalten und verlangt sein Geld zurück. Die Masche kannst du jedoch ohne große Mühe entgehen, indem du schlicht auf eine Barzahlung bei der Abholung bestehst. Ganz so einfach. Eine Barzahlung bei der Abholung ist auch generell die wohl sicherste Methode, die man überhaupt bei eBay-Kleinanzeigen für den Finanzaustausch vonstatten finden lassen kann. Bei dieser Masche verfügt der Betrüger bereits vorab über ein meist teures, jedoch defektes Produkt, Ware A. Er sucht sich deshalb Geräte in eBay-Kleinanzeigen oder auf einer anderen Plattform, erwirbt es Ware B. Und überweist auch den vereinbarten Kaufbetrag. Kurz nach dem Erhalt verkündet er jedoch gegenüber dem Verkäufer, dieser habe ihm ein defektes Produkt verkauft und fordert darum sein Geld zurück. Wobei es sich bei dem Produkt, also dem Verkäufer zurückgibt, natürlich um die defekte Ware A handelt und nicht um die Ware B, die ihr dem Verkäufer zugeschickt habt. Das heißt, er schickt euch dann einfach etwas Kaputtes zurück, wenn er das gleiche Produkt besitzt. Ist natürlich auch eine Masche, um dann ein intaktes Produkt zu bekommen. Kreditkartendatenbetrug. Bei dieser Masche bedienen sich die Cyberkriminellen der eigentlich sicheren Bezahlfunktionen von eBay-Kleinanzeigen im Rahmen dieser Verwahrt, also in diesem Rahmen Verwahrt eBay, beziehungsweise dessen Partner Plattform für den Zahlungsdienst in Treuhand eigentlich das Geld erstmal auf. Sobald der Eingang der Ware bestätigt wurde, wird dann das Geld auch an euch verschickt. Nun schickt der Betrüger, also den Opfer, meist außerhalb von den eBay-Kleinanzeigen-Plattformen etwa über WhatsApp einen Link zu, über den ihr dann bezahlen sollt. Tja, dass das natürlich wieder nur ein Phishing-Link ist und Betrug ist, denke ich mal, wieder klar. Ihr überweist ihr nicht an eBay-Kleinanzeigen, sondern ihr überweist das Geld direkt an den Betrüger und an seine Partner-Plattform. Somit ist das Geld natürlich komplett weg. Und dann gibt es da noch den Betrug mit Western Union. Das heißt, der Betrüger, der meldet sich aus dem Ausland bei euch, möchte bei euch etwas kaufen und sagt, ja, über Western Union möchte er gerne das Geld an euch überweisen. Und dann bekommt ihr eine E-Mail, sofern ihr diese E-Mail-Adresse vorher bekannt gegeben habt. Über die E-Mail bekommt ihr dann die Information, dass, ja, Western Union das Geld, so lange verwahrt, bis ihr einen Sendungsbeleg eingesendet habt an die E-Mail-Adresse von angeblich Western Union. Dass die Adresse nicht zu Western Union gehört, kann man mit vielen Tricks umgehen, dass es zumindest so ähnlich aussieht. Wenn ihr jetzt die Sendungsnummer mitteilt, freut sich der Betrüger und meldet sich nie wieder bei euch. Denn ihr habt das Produkt verschickt. Das Geld bekommt ihr von dem Betrüger nicht. Auch wenn denn in der E-Mail drin steht, dass ihr irgendwann das Geld dann erhaltet, wenn die Ware eingegangen ist. Hier handelt es sich wie immer nur um Betrug und nicht darum, dass Western Union das Geld an euch später versenden möchte. Western Union hat meistens nicht mal was damit zu tun, sondern hier wird einfach nur der Name benutzt. Natürlich muss es auch nicht nur Western Union sein. Man kann sich hier auch sämtliche andere Bankdaten und Banknamen ausdenken, um den Betrug irgendwie glaubhafter zu machen. Das Wichtigste ist, man muss hier einfach aufpassen. Schützen kann man sich nur, indem man vorher in Acht denkt und vorher überlegt. Lasst euch das Geld in bar geben oder über Paypal und zwar nicht über die Freunde-Funktion. Ansonsten kann man das Geld auch direkt auf sein Konto überweisen lassen. Allerdings muss man hierzu seine privaten Bankdaten rausgeben. Auch nicht so sinnvoll. Ansonsten gibt es bei eBay-Kleinanzeigen noch die Möglichkeit, die direkte Bezahlfunktion von der eBay-Kleinanzeigen-Plattform zu benutzen. Hier seid ihr auch sicher. Allerdings möchte eBay-Kleinanzeigen hier natürlich einen kleinen Tal davon abhaben. Die Kosten übernimmt hier in diesem Fall der Kunde, also nicht ihr, wenn ihr der Versender seid. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen kleinen Informationen wieder ein kleines bisschen weiterhelfen und die Augen öffnen, was es alles so für Betrugsmaschen auf diesem Markt hier so gibt. Informiert daher alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen auch betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Doch allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien, direkt im Chat oder eben auch im Umfeld mit euren Freunden. Wenn du magst, unterstütze doch gerne den Kanal mit einer Mitgliedschaft. Mit einer Mitgliedschaft unterstützt du den Kanal auf finanzieller Ebene, um das Projekt hier weiter voranzutreiben. Wenn euch das Video gefallen hat oder sogar weitergeholfen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke jetzt noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.